Das G in DAX steht wie immer nicht für Gönnen, deshalb werde ich mal zeigen, warum ich die nächsten Wochen mit Long Orders eher aufpassen werde. In der heutigen Analyse wollen wir uns mal den DAX genauer ansehen und uns auf die nächste Handelswoche vorbereiten. Dazu fangen wir wie immer in den großen Zeiteinheiten an und arbeiten uns dann auf die kleineren vor. Was mir als allererstes auffällt ist so der DAX im Wochenchart. Wir hatten ja in den letzten Wochen immer sehr, sehr heftige, starke Bewegungen. Dann zum einen natürlich diesen fetten Abwärtspush, dann die Korrektur des Ganzen. Und wenn man sich jetzt mal ansieht, wo das Ganze angefangen hat und geendet hat, fällt einem diese Zone hier auf, ist mir zumindest sehr ins Auge gesprungen. Man sieht hier, dass dieser Bereich, in dem immer wieder große Dochte waren, jetzt getestet wurde. Und spätestens seit letzter Woche sollten ja einige von euch, beziehungsweise ich eben auch, wissen, was es so mit Marktineffizienzen auf sich hat. Und da fällt einem natürlich ganz, ganz stark dieser Docht hier auf und dieser Docht, bei dem fette Kauforders in den Markt kamen. Vor allem, guckt euch mal das Volumen zu dem Teil hier an. Da hast du einen gigantischen Volumen-Spike gehabt, dann diesen wirklich starken Push nach oben. Der Markt hat wieder weit in den 15.000ern geschlossen. Und danach kam der richtige Abriss. Und dieser Bereich hier ist demnach immer noch offen. Jetzt hatten wir den Abriss nach unten und der Markt fängt wieder an zu steigen. Woran muss man sich natürlich orientieren? Wo wird der Markt hingehen? Natürlich zu diesem Bereich, weil hier ja höchstwahrscheinlich von den Banken noch einige Long-Orders sind, die breakeven rausgenommen werden sollten. Demnach hatten wir hier den Test in diesem Bereich. Also das finde ich extrem auffällig. Und von hier hatten wir gesehen, es ist echt quasi, als wären diese Orders aufgelöst worden und zack ging der Markt nach unten. Das Ganze ist auch unter wirklich verhältnismäßig geringem Volumen passiert, wenn man sich das mal mit dem hier vergleicht. Also es sollte einem zu denken geben, auf jeden Fall. Wenn man sich dann mal die EMAs noch ansieht, sehen wir auch wirklich jetzt unter allen EMAs. Die sind jetzt auch gekrümmt nach unten, was ich persönlich auch im Hinterkopf behalten würde. Weil wenn das Ganze auf Wochenbasis passiert, dann ist da auf jeden Fall wirklich, wirklich, ich sag mal, eine gewisse Gefahr, die man erkennen sollte. Wir hatten jetzt die letzten zwei Wochen dann von hier halt eher kleinere Bewegungen abwärts. Aber dennoch würde ich sagen, sind wir damit erstmal eher abwärts gerichtet. Wir wissen ja auch, es passiert in den seltensten Fällen so extrem v-förmig wie hier. Also da hatte mit Sicherheit auch der Konflikt zwischen Russland und Ukraine so ein bisschen Auswirkungen darauf. Wir sehen aber, dass wir uns langsam nach unten bewegen. Und das bedeutet irgendwie auch, dass wir hier ein tieferes Hoch gebildet haben und damit unseren Abwärtstrend weiter etablieren. Das heißt, generell auf Wochenbasis würde ich vorsichtig mit Long Orders agieren. Also ich würde da eher den wirklich übergeordneten Trend nicht vergessen, dass wir hier short gerichtet sind und zwar wirklich sowas von short gerichtet. Ob wir das Tief rausnehmen, ob wir ein tieferes Tief machen, kann man alles noch nicht sagen, aber sollte man im Hinterkopf haben. Was ich auch sehr interessant finde von dieser Abwärtsbewegung, die Korrektur ging wirklich so echt fast blitzsauber zum 61er Retracement. und seitdem sind wir abwärts gerichtet. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen größer angelegt betrachten möchte, kann man hier natürlich auch feststellen, dass wir sowas, so ein Elliott-Wellenmuster hier ausbilden könnten, was aber auch bedeuten würde, dass wir eine Welle 3 vor uns hätten, also von der 2 zu 3, die größer sein müsste als die. Und wenn das passiert, dann wäre heftig. Also da auf jeden Fall, ich sage nicht shortet den Markt, aber passt vielleicht mit Longs ein bisschen auf. Wenn man sich das Ganze dann mal noch im Tageschart näher ansieht, sehen wir auch, hier hatten wir den Aufwärts-Push. Ich erzähle ja auch schon länger von dieser Seitwärtsphase, habe damit gerechnet, dass das ein Fake-Out ist und dass wir uns weiter nach unten bewegen. Ja, ist letztendlich auch so passiert. Wir haben uns die letzten Tage so nach unten bewegt oder sind mittlerweile auch schon Wochen. Ich will mal über Tageschart relativ schnell drüber gehen. Ich habe eher im H4 da noch was Interessantes gesehen. Ich denke, hier wird es jetzt entscheidend, wie wir uns die nächsten Tage bewegen, ob wir diese Zone noch mal sehen oder ob wir uns dann wirklich nach unten verabschieden. Auffällig finde ich den 4-Stunden-Chart, um ehrlich zu sein. Da ist mir noch Folgendes aufgefallen. Und zwar haben wir hier auch so eine relativ saubere Wellenstruktur ausgebildet. Also man sieht das, denke ich, mit dem Elite-Wellen-Tool relativ gut. Passt auf jeden Fall in so ein Muster und könnte, wenn ihr das übergeordnete Picture noch im Hintergrund habt, auf Wochenbasis könnte das auch so das Einleiten der ersten Abwärtsbewegungen sein. Wir reden ja immer von Fraktalen und das wäre quasi so der kleinste Scope, der sich dann natürlich auch auf Tages- und Wochenbasis übertragen wird. Und was dann fundamental dahinter steckt, da kann ich nichts zu sagen. Ich will das Ganze auch wirklich rein technisch beurteilen. Dementsprechend gehe ich aber da auch davon aus, wenn das gut passt, müssen wir jetzt ja eher so ein ABC-Muster sehen, was hier so ein ABC beinhalten würde. Was man ansonsten auf H4 noch sehr, sehr gut sieht, ist natürlich die dynamische Resistance, die wir hier hatten und die wir überboten haben und damit gebrochen und zumindest auf kurzfristiger Zeiteinheit damit so einen gewissen Long-Impuls gesetzt haben. Man sieht hier zum einen, dass wir eine Divergenz im RSI hatten, die hier nach oben aufgelöst wurde, haben die Resistance rausgenommen und sind wieder an diese kleine Zone hier herangetreten, die ja des Öfteren für ein bisschen Abwärtsdruck gesorgt hat. Nichts Wildes, aber immer mal wieder so... Ja, man sieht aber auch, dass die Dynamik abgenommen hat und der Abwärtsdruck immer kleiner wird. Wir haben uns auch nach dem Überpreisen dieses dynamischen Levels wieder von oben genähert und uns da so ein bisschen stabilisiert die letzten, ich sag mal, Stunden. Man sieht auch, dass der RSI wieder eher aufwärts gerichtet ist. Ich gehe ehrlicherweise auch davon aus, dass wir uns nochmal ein bisschen nach oben bewegen, bevor potenziell die nächste Abwärtsimpulswelle kommen könnte. Und da ist ein großes Könnte wieder dran. Deshalb, ich bin vorsichtig mit Longs. Ich persönlich würde halt hier noch so ein ABC-Muster, ich denke, ich würde es wahrscheinlich eher so werten. Da würde ich jetzt mal noch damit rechnen, dass sowas eintreten könnte. Rechnen auch wieder in Anführungszeichen, weil wir haben ja keine Gewissheit, wir haben nur Wahrscheinlichkeiten. Ich denke aber, dass das ein mögliches Szenario ist, so einen leichten Zug nach oben und dass von da an aber wieder starker Abwärtsdruck reinkommen kann. Kann natürlich auch völlig anders laufen. Ich dachte mir nur, ich teile das mal, was ich gefunden habe, weil ich insbesondere, ja, auf Wochencharts solche Dinge zu sehen, haben ja schon eine gewisse Aussagekraft. Aber, ja, den Rest werden wir sehen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht? Untertitelung des ZDF, 2020